Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Daungie's Labor. Ach ne, ist ja gar nicht Daungie's Labor heute. Das hier ist ein Bewerbungsvideo für das Minecraft Beef Turnier. Ich möchte mich hiermit bewerben. Ich bin ein deutscher YouTuber, wie man vielleicht hört. Spreche ich Deutsch, ja. Und ich mache hauptsächlich Minecraft Videos auf meinem Kanal. Ich baue ganz viele Sachen, vor allem die mit Redstone zu tun haben. Und mit technischen Sachen. Hier sieht man zum Beispiel eine Eisenfarm, hier eine Witchfarm und hier auch ganz viel anderen Kram. Und ja, ich möchte mich einfach mal mit anderen YouTubern messen, gucken, wie weit ich bei dem Turnier kommen kann. Und ja, ne? Was sagt man noch so in so einer Bewerbung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich eine gute, relativ gute Videoqualität liefern. Jetzt ist es gerade ein bisschen hakelig, weil ich im Hintergrund noch was rendere. Aber ich kann den 1080p aufnehmen. Mit normalerweise 60 FPS. Und ja. Ich würde sehr gerne teilnehmen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020